ja leute und willkommen zurück zu neck beim letzten mal sind wir hier stehen geblieben und das auch noch als riesen neck ja freunde weiter geht es kommen direkt kobolde ich hab mir gar nichts hier scheiß kobolde gar nichts ich bin nämlich riesig und ihr seid nur kleine kleine mist kobolde ouch yo 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 so weg mit dem panzer ich brauche relikte eine kiste fünf von sieben vom combo zähler noch zwei teile ich brauche wieder ein scheiß panzer Jawohl. Easy. Und weck mich da. Weg mit dir! Weg mit dir! Relikte! Sehr schön! Oh Gott! Kein anderer Panzer als sonst! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Nein! Fuck! Yo! Und ich muss schon hier anfangen! So! Weg mit dir Panzer! Und weiter geht's! So! 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 Ich mach kurz die Sessel-Kruppel da. Und das ist wieder nur noch der Panzer. Nein! Oh Gott! Nein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Nein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! So, dich nehm ich jetzt mit. Dich nehm ich jetzt mit. Okay, gut. Dann nicht. Alter Schwede, Mann. Alter Schwede, Mann. Ich könnte dich mit einem kurzen Prozess machen, du scheiß Panzer. Jawohl. Geht doch. Puh, weg mit dir. Ja. Jochen, Mann. Ja. 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 Ach du kacke. Ach du scheiße. Meine Energie ist voll aufgeladen. Bäm. Nein, 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 nein. Scheiße. Ach du kacke. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo, 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 yo. Nein, fuck it. Yo, als ob. Alter. Ja, ich hab's geschafft. Und zwei Panzer. Zwei neue Panzer. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, wow, 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 wow. Weg mit dem Neck. Nein. Fuck it. Ja, und alles wieder nochmal vorne. Warte. Ja, nee, ist klar. Wird's mich verarschen. Oh mein Gott. Warum gehst du nicht kaputt? Du scheiß Panzer. Jawohl. Nein. Huh, huh, huh. Nein. Fuck it. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Nein! Scheiße! Nein, 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 nein! Nein! Mann, scheiße, fuck! Yoooooo, ich bin der Kira. Oh, 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 oh. Jawohl. Huh. Ja, der eine ist schon mal weg. Jawohl. Alter, es geht doch. Mama mia. Vom Verwandler füllen jetzt auch nur noch zwei Teile. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh Gott. Schon wieder ein Panzer. Weg mit dir. Okay, kann man nicht suchen. Oh, jetzt der Kobolde. Die mache ich doch gerne so flott. Wir wachsen. Wir wachsen immer mehr. Oh Gott. Wieder Panzer. Oh mein Gott. Neck. Greif ihn doch. Warum greift er nicht den Panzer? Ich muss ihn verarschen. Wieso? Hä? Warum geht das nicht? Na gut, dann mache ich dich halt so platt. Scheiß Panzer, du. Nein. Fuck. Äh. Yei. 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 So, tschüss. Ich nehme mich mit. Und nochmal das Ganze. Nein, fuck it. Na, oh mein Gott. Jetzt, oh, hä? Jetzt kann ich den greifen? Davor konnte ich den Panzer nicht greifen. So, der Crack. Yo. Yo. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. So, ah. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und tschüss. Puh. Oh, wieder eine Kiste. Nice, nice, nice. Von der Doppelbatterie schon zwei Teile. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh Gott, noch mehr Panzer. So, easy. Puh. Lass es. Nein, ich habe nur das. Bitte sehr. Wir sehen uns oben. Danke für die Hilfe, Neg. Oh Gott. Yo. Weg mit der Panzer. Yay, noch mehr Panzer. Ich freue mich. Oh Gott. So, der erste Panzer ist schon mal weg. Bam. Der zweite Panzer ist weg. Schnapp ihn dir, Neg. Und auch dann. Ja, du weißt. Ja, du weißt. und weg mit der nein scheiße so der erste Panzer ist weg schnapp ihn den Neck schnapp ihn und drauf da jawohl pff 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 Und weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und drauf, auf den Neck. Jawohl. Das ist besser. Oh Gott, oh Gott. Gandaha hat die Waffen gebaut. Und wo finden wir diesen Gandaha? Verrate ich nicht. Er ist schon schlimm. Aber Gandaha ist schlimmer. Ryder, eine Idee? Wie ich Kobolde kenne, und das tue ich, wird ihm die Enge da drin nicht gut bekommen. Lassen wir ihn schmoren, und schon bald wird er wie ein kleines Vögelchen singen. Was ist das? Victor! Besuchen Sie mich doch mal zu Hause, Doktor. Wir sehen uns! Ich bleibe hier beim Häuptling und warte, bis er singt. Los, geh. Hol meinen Neffen zurück. Victor's Paloft. Victor's Paloft. Willkommen, Doktor. Wie schön, dass Sie hier sind. Bitte kommen Sie hier lang. Victor erwartet Sie schon. Unfassbar, dass das 20 unserer besten Roboter zerstört hat. Glaub es, Katrina. Er ist sehr gefährlich. Victor, wieso entführen Sie meinen Assistenten? Doktor, bitte nicht so dramatisch. Ich habe ihm doch nur meinen Flieger gezeigt. Ich brauchte Ihre Aufmerksamkeit. Und ich glaube, da draußen habe ich die nicht bekommen. Was ist mit der Mission? Wir sollten diesen armen Menschen doch helfen. Und herausfinden, woher die Kobolde kommen und sie daran hindern, uns je wieder anzugreifen. Ich war ein Freiwilliger. Ich habe mitgearbeitet. Wenn es so wichtig ist, spüren Sie doch die restlichen Kobolde selber auf und erledigen Sie sie. Inzwischen habe ich an etwas gearbeitet, das viel interessanter ist. Sehen Sie. Ja, es ist wahr. Ein einzelnes Relikt, schwerer als eine Tonne. So etwas dürfte gar nicht möglich sein. Und doch, hier steht es vor Ihnen. Woher haben Sie es? Es? Ich habe Dutzende davon. Wir stehen kurz vor der nächsten Stufe in der menschlichen Evolution. Mit der Macht dieser Riesenrelikte werden wir diese Stufe erreichen. Und für diese nächste Stufe brauche ich Neck. Neck? Was hat er damit zu tun? Neck ist der Schlüssel. Das heißt also, ich brauche Ihr Spielzeug. Und er muss mit mir kooperieren. Nicht groß und gemein werden. Nicht alles in Reichweite zertrummern. Was macht er da? Los weg! Kapitel 4 von 1, die Flucht. Wir sind direkt hinter dir. Okay. Okay. Jetzt sind wir wieder. Mini Neck. Das kleine Mini. Mini Neck. Autsch. 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 Ui, wieder eine Kiste. Was mir denn da schön ist. Ein Aquarelicht. Okay, okay. Cool. Cool, cool, cool. Nein! Woah! Nein! Fuck! So, weg mit dir! Und weg mit dir! Weg mit dir! Neck! Warte mal! Das sind Sicherheitslaser. Und hier, da ist doch eine Waffe dazu. Berühren wir die Strahlen, sind wir Toast. Tja, das ist der falsche Weg. Aber hier bleiben geht auch nicht. Gehen wir! Hm. Tarn-neck kommt noch nicht. Schade. So. Autsch. Das passt immer noch nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott. Und tschüss. Jawohl. Dann los! Melnack! Let's go, let's go, let's go, let's go! Oh! Oh! Erstmal den Chippen hier oben wegmachen. Und dann die Roboter. Nein! Fuck! Und nochmal das Ganze. Dann machen wir erstmal die Roboter weg und dann den da oben. Nein, nein, nein. Okay. So. 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 Da oben sind Relikte. Die hole ich mir erstmal. nochmal. Und dann seid ihr dran, ihr blöden Roboter. Oder ich von dran. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Dann mach ich euch erstmal platt und dann hol ich die Relikte. Autsch. Nein, oh mein Gott. So. So. Guito. So. Okay. Wie komm ich da jetzt rein? Wie komm ich da denn jetzt rein? Wie komm ich da denn jetzt rein? okay ein neues teil was im bau dann ist geheimnis detektor eins von sieben teilen nimm das schnellste flugzeug das du hast und hol sie wieder her und fassbar er ist auf ein ferngesteuertes flugzeug eingefallen und jetzt mal sehen was victor mit diesen relikten vorhat aber irgendwie müssen wir an den sicherheitslasern vorbei da was ist mit der mission sollten wir nicht lieber zurück zu onkel rider jetzt hör endlich auf rider unternimmt alles was getan werden kann wir müssen jetzt erstmal an den sicherheitslasern vorbei eine idee ich glaube ich weiß da was gut siehst du diese roboter wachen sie nutzen klare kristalle in ihren strahlern lass uns 20 von denen zerlegen und was genau soll uns das jetzt bringen es ist viel einfacher es ihnen zu zeigen sind leicht zurück kapitel vier von zwei zerlegen bitte ok freund ich würde ich würde aber sagen das machen wir beim nächsten mal das war's jetzt erstmal wieder fürs erste mit neck wenn es euch gefallen hat daumen nach oben da lassen ein abo oder ein abo da lassen aktiviert die glocke und darf ich sagen hören wir uns beim nächsten mal wieder zu neck haut rein zocker boy game over so 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 Untertitelung des ZDF, 2020